Einen wunderschönen guten Abend alle zusammen und herzlich willkommen zu unserem Hälsa-Stammtisch. Servus. Ja, sage und schreibe ist es so, dass am Donnerstag kommt die Podcast-Folge online von der Jessi und mir Teil 1 und zwar über unsere 36-jährige Freundschaft, die wir uns kennengelernt haben und so weiter, aber natürlich hätte das nicht in einen Podcast gepasst, deswegen haben wir gesagt, wir machen Teil 1 und Teil 2. Wir hatten sogar Teil 2 gestern schon angefangen zu recorden, aber leider Gottes war mein Mikro aus. Deswegen ist es heute Abend wieder hier. Wir versuchen pelzig zu babbeln, weil es ist ja der Pelzer-Stammtisch, aber oftmals fällt man auch so ins Hochdeutsche. Wir sind parallel bei TikTok Live, also wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, dann gerne. Ja, für alle, die die erste Folge verpasst haben, Forever Gains YouTube-Channel, da findet ihr dann die erste Folge über unsere Freundschaft. Einmal ganz kurz, das ist die Jess. Ich bin die Jess. Servus. Und wie gesagt, wir kennen uns seit 36 Jahren und wir waren stehen geblieben im Jahre, ich will es halt lügen, 2002 glaube ich, oder so 2001, 2002. Und zwar war das so unsere Hip-Hop-Zeit, hatten wir gesagt. Also wir hatten in der ersten Podcast-Folge erzählt, dass die Jessi zeitweise auf Techno unterwegs war. Und ich auf Drum'n'Bass, beziehungsweise eigentlich hören wir das heute immer noch. Also du hörst ja heute immer noch deinen Hans-Dinschranz. Ja, eher so Haus-Techno, ja, aber eher die Autosche. Ja, aber ich hör nach wie vor auch ab und zu mal noch die Oldie, wie sagt man, Oldschool, Oldschool, Happy Breaks und was weiß ich alles. Aber nichtsdestotrotz gab es da eine Zeit, also 2002 generell, glaube ich, war so ein Hype von Hip-Hop. Also ich kannte Hip-Hop noch aus, sag ich mal, der Hauptschulzeiten, da gab es so Tupac und Wu-Tang Clan, da war das eher so, ne? Ja. So die Anfänge, aber später, also 2002 war dann wirklich so das Missy Elliot und, ähm, wie sind die noch? Usher. Eminem. Ja, Usher, genau. I'm sorry, Miss Jackson. Ich glaube, ist es nicht so ein bisschen mit dem Film Dangerous Minds so ein bisschen losgegangen, so irgendwie. Ja. Dann gab es ja noch diesen Tanzfilm, ja, genau, und dann gab es ja noch diesen Tanzfilm Honey. Ja, Honey, genau. Richtig cool. Mit der Jessica Alba, glaube ich, gell? Ja, richtig, ja. Wo auch so Hip-Hop-mäßig war. Also auf jeden Fall bei uns hier in der Region gab es dann plötzlich in jeder Großraum-Disco auch ein Hip-Hop-Floor, ne? Ja. Also vorher war es immer so Techno, House, Dancefloor, Musik und Schlager auf jeden Fall, ne? So. Und später gab es, und Rock, glaube ich, gab es am Anfang und dann später gab es Hip-Hop-Räume, glaube ich. Also auf jeden Fall im A65 in Kandel gab es das dann überall, aber es gab dann auch so, es gab Hip-Hop-Partys. Also in Mannheim gab es damals am Maymarkt genanntes Broadway. Jamfam. Ist es eigentlich abgebrannt? Keine Ahnung. Ich glaube, es war abgebrannt. Ehrlich? Ich glaube, dass es der türkische Disco war, aber freitags, jeden ersten Freitag im Monat war Jamfam-Party dort. Das war richtig cool. Ich glaube, das wurde auch im Radioübertrag, gell? Ich glaube, es war es live, ja. Ja, ja. Und die Leute haben echt krank Schlange gestanden. Oh ja. Wow. Also es war echt mega und für uns war es immer richtig eine Qual, weil die Jessie ist Friseurin und ich war im Einzelhandel und man muss natürlich immer samtags arbeiten. Und es war natürlich dann immer eine kurze Nacht. Aber mit 20 oder was wir da waren, ne? Die Junge. Oder 19 steckt man das hier lockerflockig noch weg. Ja, dann waren wir, waren auf jeden Fall immer im Krypton in Sandhausen. Das war so unser Stammclub. Samstags immer. Ich glaube, da war auch nur Samstags-Hipop, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, also vor 12 brauchst du eigentlich gar nicht, weil da war wirklich überhaupt nichts los. Und die hat auch nur bis um 5 Uhr auf. Ja, dann waren wir noch im Village in Baden-Baden manchmal. Dann gab es, glaube ich, in Karlsruhe der X-Palace, glaube ich, hieß das. Dann gab es in Darmstadt das Natrix, wo ich mich dran erinnere. Dann in Mannheim der Orange Club. Aber der Orange Club hieß vorher, ah, ich glaube, der hieß Villa oder irgendwas mit Villa gab es dort auch mal. Ich kann mich nur an den Orange Club erinnern. Und ganz zu den Anfängen gab es in Heidelberg in der Nachtschicht, das war ein Club, der im Keller war, gab es acht freitags, irgendwann, ich weiß jetzt nicht mehr, ob acht, jeden letzten Monat oder so gab es acht Hip-Hop und der Club war gestoppt voll. Also das war krank, was da los war, das war der Heidelberg. Da war ich auch gar nicht. Das war sogar dodderstark, so mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall, das waren so die wilden Hip-Hop-Zeiten. Da gab es Saarland nicht in Kufa. Ja, stimmt. In der Kufa war man noch. Ja, ich war halt irgendwie überall. Vor allem, es gab auch wirklich solche Hip-Hop-Festivals, kann man sagen. Da gab es so Partys im Cinemax in Mannheim oder Cineplex. Da war es so Silvesterparty, erinnere ich mich noch. Ja, da waren wir doch einmal, oder? Ja, auf mehrere Floors, wo dann auch Hip-Hop war. Aber da waren auch mehrere solche riesen Hip-Hop-Partys dann. Irgendwie im Rosegarten, erinnere ich mich, war auch ab und zu mal und was weiß ich, wo mal Tickets kaufen konnte. Und was es halt auch noch dazu gab, waren die Stores. Also damals, erinnere ich mich noch an Mannheim, The Union Square, war ja total hip. Ja. Und im Union Square hat ja, glaube ich, dann auch so ein DJ gearbeitet, der auch so Hip-Hop aufgelegt hat. Oder zumindest war der mit denen befreundet, ich habe keine Ahnung. Und da konnte man halt so die ganze Skater-Klamotten kaufen oder beziehungsweise Hip-Hop-Klamotten, FUBU. Und wie hieß denn die Sachen noch? FUBU, South Pole, dann Sir Benny Miles. Ja, genau, Sir Benny Miles. Da gab es doch so diese ganze... Ich hatte eh so ein rotes T-Shirt, da stand das drauf. Oh, wo? Eko. Eko hatte ich auch ein T-Shirt, ja. Ja, also es gab verschiedene Sachen. Also an so Hip-Hop-Brands dann, die Frauen waren eher schick, mit Stöckelschuhen und... Die Zeit habe ich ausgelassen mit Stöckelschuhen. Ja. War da bei der Fies und bei Rieser Shisha, sage ich nur. Ja, aber es war eine coole Zeit. Das stimmt. Die gingen schon etwas länger, gab es auch so Straßenfeste dann mit so Hip-Hop-DJs und so. Also es gab wirklich ziemlich viel in den 2000ern an Hip-Hop. Es gab auch so coole Lieder dann halt, ne? Also ich erinnere mich noch an dieses Take-Out-Your-Shirt, Entwisted-Like-In-Helicopter. Dann haben alle ihr T-Shirt, also die Männer ihr T-Shirt ausgezogen, ne? Und die hatten auch immer so diese Beanies an, ne? Manche Basecap, manche auch die Beanies. Und dann gab es ja noch unser Lieblingslied. Wie hieß das noch? Slide to the left. Wraith cross. One hop this time. Wie ist denn das Lied? Tja, tja, tja. War nicht mehr. Auf jeden Fall, ja. Das waren so die Hip-Hop-Zeiten. Und dann habe ich dort quasi so meinen ersten, würde ich sagen, langjährigen Freund kennengelernt. Ja. Ja, und dann war das irgendwie auch so ein bisschen vorbei. Mit der Party, muss man sagen. Dann war es eigentlich so, dass... Dann waren die Weinfeste, oder? Ja, die Weinfeste waren wir ja eh immer eigentlich. Also man kann sagen, von Mai, ab deinem Geburtstag, immer das erste Mai-Wochenende, Kaltstadt. Das letzte, ja. Das erste Mal war ja, das erste Mal war. War immer bis, also wir waren ja oftmals hätten Bockenheim, aber Bockenheim ist ja das letzte Weinfest. Winterfest war ich gerade, glaube ich, eher wohl. Glaub ich auch. Das hat man nie so gut gefallen. Na ja, es war immer Freitag, sondern es war immer blöd, wenn man samstags arbeiten gehen darf. Ja, das ist immer blöd, ja. Aber, ja, gut, Weinfeste können bei uns eine Palze halt dazu. Für mich war immer so das letzte Wurstmarkt. Ja, wenn ich so gewusst habe, der Wurstmarkt ist durch, dann war für mich so gefühlt Weihnachten. Irgendwie, ja, dann war Sommer vorbei, dann war einfach Winter. Also das Highlight, man hat sich so zu ersten Mal Kerbe hochgearbeitet, das war so das Highlight. Und wenn dann der Wurstmarkt durch war, dann war irgendwie auch frei. Aber ich muss dazu sagen, ich habe mich dann auch nochmal entschieden, mein Pfarrerbier auf der Abendschule zu machen und nochmal zu studieren, Vollzeit dann danach. Und von dem ab war mir dann, also die Jessie hat dann ihr erst die Wohnung gehabt. Das war natürlich total das Highlight. Man muss dazu sagen, die Jo, die Jessie und ich, wir waren quasi Stammkunden beim McDonald's, also beim Drive-In, Jahre, Jahrzehnte, naja, Jahrzehnte, nicht? Aber vorneweg so drei. Ein Jahrzehnt bestimmt, also seit wann gibt es denn den McDonald's eigentlich hier? Nein, der McDonald's, als wir Führerschein gemacht haben, das war 2001, haben wir uns immer gewundert, warum da unten ein Kreisel ist im Acker und da muss der 2002 dann gewesen sein. Eins oder zwei? Ja, also irgendwie war es halt so, dass wir immer jeden Tag täglich wirklich Kaffee trinken waren. Also tatsächlich auch nur Kaffee, wir haben jetzt nichts gegessen oder so, es wäre auch super ins Geld gegangen, aber wir haben uns halt eigentlich immer einen Kaffee am Eckes geholt. Oder die Jo heiße Schokolade erinnere ich mich noch und dann saßen wir halt im Auto und haben gequatscht und saßen einfach nur auf dem Parkplatz und das haben wir wirklich ein Jahrzehnt mindestens. Also mindestens, ich weiß nicht, ich denke, dass der Meckes vielleicht drauf gemacht hat, wie wir 1920 waren und wir saßen mindestens zehn Jahre dort und noch länger eigentlich. Aber ich sage mal so, war ein bisschen du ausgezogen? Ach ja, nee, ich glaube, das waren fünf Jahre oder so mit 23 bin ich ausgezogen. Ja, genau. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Jessie ausgezogen ist, war man zum Teil dann immer noch eigentlich der Meckes, aber zum Teil war es dann so, dass wir gesagt haben, ja, wir machen es so ein bisschen ruhiger und waren dann oftmals bei der Jessie zu Hause und haben dann so DVD-Nächte gemacht, wo wir wirklich noch in die Videothek sind. Damals ist man noch in die Videothek. Ja. Und da hat sich Filme ausgeliehen. Aber war heiß. Und damals gab es auch noch kein Netflix und Co. Das heißt, aber ich weiß, unsere Serien-Junkie-Zeit fing an mit der Aggie, weil die Aggie hatte die Gilmore Girls und ich fand das Cover so mega langweilig und furchtbar. Und die Aggie hat zu mir gesagt, nee, du musst unbedingt gucken, das gefällt dir. Und ich so, ah, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das so mein Ding ist. Und Jessie hat gesagt, ja, sie kennt das. Ihr Mutti hat das immer geguckt. Und dann haben wir das angefangen zu gucken und dann war ich so süchtig bis heute. Also bis heute ist es meine absolute Lieblingsserie und ich schaue die mindestens ein- bis zweimal im Jahr komplett. Und ich war dann so crazy, dass ich mir wirklich die ganze DVD, also die Aggie hat mir, glaube ich, die ersten drei Staffeln gegeben, hat die, oder die erste vier gehabt. Und ich habe mir dann echt alle geholt. Und zum Teil war das ja noch gar nicht fertig damals, wo wir das angefangen haben zu gucken. Also so die, ich glaube 2018, nee, sorry, 2008, wenn mich denn alles täuscht, kam die letzte Staffel raus mit, ähm, Szene, also die siebte Staffel, wo ich, glaube ich, mal Leidscher war. Oder? Oh, keine Ahnung, da bin ich raus. Ich habe mir die da noch auf Englisch geholt, weil es die hier noch gar nicht gab. Ach so. Und dann kam ja jetzt vor kurzem, was heißt es, vor kurzem, vor ein paar Jahren dann nochmal dieser vierteilige Film aus, ne? Ja. Ja, aber auf jeden Fall fing dann da die Junkie-Serienzeit an und dann haben wir uns im Wechsel, Jessie und ich, Serien gekauft, weil wir so süchtig waren. Also ich habe wirklich zwei Schränke voller DVDs, also müssen wir mal noch einen Sonder-Vlog dazu drehen, glaube ich, oder nicht Vlog, also so, ja, YouTube-Video zu den ganzen Serien auf jeden Fall. Du hast, glaube ich, auch einen ganzen Billi-Schrank, oder? Ja, ich habe auch einen ganzen Billi-Schrank. Also ich habe zwei Billi-Schränke mit DVDs und Serien, aber wir haben echt alles geguckt, also von, ich sage mal so, Heroes, Prison Break, so das, was ich habe, dann True Blood, Nip-Tag, Dexter, Supernatural, Lost, dann später ging es dann weiter mit Pretty Little Liars, Gossip Girl, aber das war eigentlich viel später. Eigentlich zu der Zeit, wo wir geguckt haben, war noch so Breaking Bad, Die Sopranos, Roswell, also so, keine Ahnung, die ganze Sache, du hattest Brace Added to Me, Sex in the City, OC California, Doctor House, also das waren so Dye-Serie, und Bones. Und Bones, ja, ja. Hattest du zum Beispiel noch? Genau, und wir haben dann einfach bei der Jessie gesessen und wirklich nächtelang einfach nur Serien gesuchtet, aber dann waren natürlich auch noch so Sachen wie Filme, zum Beispiel Harry Potter natürlich, haben wir dann auch so Harry Potter-Nacht gemacht. Und ich weiß, das Schlimmste war, die Jessie wollte unbedingt Herr der Ringe gucken. Ich? Du wolltest es gucken, Ajo, ich bestimmt nicht, weil, ich weiß es so genau, weil ich konnte das Herr der Ringe, also es war so, und zwar von meinem Ex-Freund, ein Freund, der war mit mir in irgend so einem, ich weiß nicht mehr was, war auf jeden Fall so eine Frauenschnudel, so keine Ahnung mehr, welcher Film das war. Ich wollte dort rein. Weil, der hat gesagt, er geht nur mit, wenn wir dann mit ihm in Herr der Ringe gehen. Und ausgerechnet war das der zweite Teil Herr der Ringe. Und ich habe gesagt, okay, gut, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass dieser Film drei Stunden geht. Und wir waren in der Abendvorstellung, ich musste am nächsten Tag arbeiten und gefühlt, wir saßen wirklich drei Stunden. Ich habe immer gedacht, zahm, Ajo, das gibt es so nicht, wann ist dann der Film fertig? Ich habe mal nicht gewusst, dass es eine Trilogie ist, ich wusste gar nichts dazu. Auf jeden Fall für mich, das Einzige, was ich mich an Herr der Ringe erinnere, ist, dass die den verfickt, sorry, jetzt darf ich mal sagen, ich muss piepen, aber dass die einfach den ganzen Tag laufen, also neun Stunden gefühlt laufen die und kommen nie an. Und das hat mich so angepisst, weil ich habe ja den Anfang nicht gehabt, also habe ich gar nicht gewusst, um was geht es groß. Und dann war der Film fertig und es gab kein Ende, die sind nie angekommen. Also ich fand es mega nervig. Auf jeden Fall, die Jessie hat mich dann überredet, dass wir die Trilogie uns angucken. Wie gesagt, gar nicht, die haben wir, glaube ich, aus der Videothek gehabt. Ich glaube ja. Ich habe sie nicht. Nicht so auch nicht. Ja, auf jeden Fall, wir sahen wir schnachsabends, okay gut, wir fangen bei Zeit an. Man muss dazu sagen, meine Mutter hat früher, war das total praktisch, weil meine Mutter hat quasi hinter der Jessie ihrem Wohnblock, also Block ist übertrieben, da man drei Wohnungen in den Haus, ja. Aber meine Mutter hat hinten dran gewohnt, also konnte ich dann von ihr quasi nach Hause laufen. Also es war auch gar nicht weit, also es war wirklich nur ein Steinwurf, kann man sagen. Naja, auf jeden Fall war das dann so, wir machen den Film an und die Jessie schluchte ein. Schon beim ersten Film. Und dann habe ich immer gesagt, Jessie, es ist mir scheißegal, du bleibst wach, weil den Scheiß gucke ich mir nicht wegen dir an. Ja, so war das. Ja, und dann erinnere ich mich noch, dass deine Schwester eine Zeit lang bei dir gewohnt hat, weil man muss sagen, die Jessie Schwester hat auch sich nochmal umorientiert nach ihrer Ausbildung. Die war dann ein Jahr in München auf der Kosmetikschule und als die zurückkam, ist die dann erstmal bei der Jessie eingezogen und da hatten wir dann 8 zu 4 dann mit meinem Mann noch quasi DVD-Nacht gemacht, das weiß ich auch noch und da hatte man diese, wie heißt das Fluch der Karibik, da hatte ich 4, 5 Teilen, ach Gott, was wir da alles haben, also das war echt hart. Aber das Witzigste ist, der Mann in der Apotheke, sag ich, der Mann in der Videotheke hat gesagt, das schafft ihr nicht, 24 Stunden die Filme zu gucken. Ja, weil die schon viel länger gingen. Ich glaube, wir haben nach fast zwei Tagen dann geguckt, oder? Ja. Ich weiß ja gar nicht, wir haben glaube ich an dem Tag abends angefangen, oder? Oder haben dann so komplett versucht, die Nacht durchzugucken, aber jeder ist irgendwie eingeschlaufer, ja. Zeitlang, dann weiß ich noch, wir mussten morgens mit den Hunden raus und mit die Pferde füttern bei meinem Vater, irgendwie war da was, der war nicht da oder ich weiß es nicht mehr und dann haben wir weiter geguckt noch, ne? Ja, wir haben was zur Frühstück hole gegangen und dann haben wir weiter geguckt, ja. Oh Gott, ey, das war echt richtig krank. Bestimmt, ja, das war krank. Ja, und das, also das waren so unsere Zeiten und dann war aber ganz cool, weil die Jessie in ihrem Haus, da haben zwei Männer gewohnt, also Männer, zwei Jungs damals, wie es hat Männer, Jungs, keine Ahnung, Jungs am Alter halt, ja. Und dann waren wir auch eine Zeit lang mit denen immer weg in Laudern. Ja. Ach so, okay, gut, also muss dazu sagen, das war dann alles schon später während dem Studium, wo der Dommer noch dabei war, weil da war ich, also wir waren ja noch eigentlich bei der Hip-Hop-Zeit, wo ich noch mit meinem ersten langjährigen Freund zusammen war. Also es ist jetzt irgendwie übergegangen. Aber auf jeden Fall waren wir dann mit denen, mit denen alles weg und zwar in Kaiserslautern. Da war so die Zeit, wo wir immer nach Lautres sind. Ja. Da waren wir dann in der Markthalle, da war ja Achie-Pop und im Pflaumebaum. Eigentlich haben wir immer im Hannefass A gefangen vorzuglösen, sind dann in die Markthalle und zum Absacker dann in den Pflaumebaum. Und wenn es noch gelangt hat, in die Nachtschicht noch. Ja, und das haben wir monatelang so gemacht, also wirklich mit vielen Leuten, wo wir auch immer dort waren, es war auch immer super lustig. Und vor allem, was immer cool war, in Fasching, finde ich. Da war es echt immer witzig im Pflaumebaum. Oh ja, da habe ich immer die ganze Nacht durchgetanzt, weißt du das noch? Ja. Deine Tante, Partner-Tante. Ja, stimmt. Das war echt witzig. Stimmt, aber den Pflaumebaum gibt es nicht mehr, ne? Ne. Der Pflaumebaum war auch nicht mehr. Ne? Ne. Der Pflaumebaum war der Pflaumebaum. Ah ja, unter dem Ding, unter dem... Wie ist denn das Kino auch drüber? War das ja der Musikpark. Ne. Ne. Und am Kino auch drüber, wie hieß denn das Kino? Das Kleine, wo wir alles immer waren, alles noch sonntags. Boah. Die Spätvorstelle. Da war der Animo dann so... Ah, in der Waldmühle. Ja, genau. Ach so. Da war, unter dem Pflaumebaum. Den gibt es auch nicht mehr. Und das Kino gibt es auch nicht mehr. Und der Mupa auch nicht mehr. Das weiß ich nicht, ob der Mupa noch gibt. Ne. Ja, auf jeden Fall, genau. Das waren so die Zeiten, wo wir dann weg waren. Und dann im Studium abgeflacht. Also da war man dann immer freitags im Loft auf Independent. Ja. Dann war es so die Phase irgendwie wieder, dass man so eher, also ich zumindest wieder eher so back to the roots bin. Dann war man manchmal in Koblenz in diesen Dreams. Du sagst, du warst nur Ammo, aber ich war doch öfter. Ich weiß gar nicht, wie, wo, was, aber ich war öfter. Ähm, und wir waren natürlich dann immer auf den Studentepartys, klar. Also in verschiedenen Kleipen, wo dann Partys waren. Dann, ähm, die TAP, ne, unser Campus, ähm, Kleipen, da gab es Party. Und dann gab es natürlich FH-Ball und so größere Partys zum Jahr, wo wir dann auch als Moe waren. Und, ähm, wenn wir nicht Party machen waren, waren wir halt am Serien gucken. Kann man sagen. Stimmt, ja. Ja, und dann kann man sagen, so Ende 20, Anfang 30 war es dann so, dass, ähm, ich dann beim Studium auch so langsam dann fertig war. Also ich hatte ja vorher schon Ausbildung und gearbeitet. Und, ja, dann für mich fing so mit 30 Gefühl das Leben an, weil dann habe ich erst mal so richtig angefangen, Geld zu verdienen. Arbeiterleben. Ja, also ich meine, ich habe da vorher schon sechs Jahre, also eigentlich mit 14 immer schon gearbeitet, aber sechs Jahre schon Vollzeit gearbeitet, aber dann halt wieder studiert und nebenjobtechnisch dann halt viel gemacht. Ja, aber, ähm, ja, mit 30 sind wir dann zusammen in die Domrep geflogen. Mhm, ja. Und das war dann so das Ding. Also das war so, die Jessie, also während dem Studium erinnere ich mich noch, also ich bin ja halb aus Malaysia, sage ich mal, also meine Mama. Und ich war dann 2008 im Stuhl, während dem Studium das letzte Mal in Malaysia gewesen. Und dann bin ich im Dommer zusammengekommen, also mit meinem Mann, wir haben das Studium kennengelernt. Und dann war ich mit ihm in Kroatien. Hey, ich glaube, ich war 2007, das letzte Mal in Malaysia und war 2008 mit dem Dommer in Kroatien. Weil ich bin 2008 mit ihm zusammengekommen. Und dann war man ja drauf noch in Tunesien. Das war der schlimmste Urlaub, den ich je erlebt hatte. Also Katastrophe, wirklich so Klassiker, könnte man mal eine aus dem Fernseher raus. Und ja, auf jeden Fall dann sind wir das erste, also ich war fünf Jahre nicht im Urlaub und dann haben wir echt gespart, die Jessie und ich. Also ich war noch im Trainee-Programm und wir haben dann aber wirklich so Geld gespart und haben uns gesagt, mit 30 feiern wir erstmal zusammen eine Party, lassen uns an der Party Geld schenken und fliegen mit dem Geld das erste Mal so richtig weg und dann sind wir in die Domrep geflogen. Und da waren auch Jessys Schwester dabei und mein Mann quasi, also Dommer. Und es war auf jeden Fall so unser erster Urlaub nach Jahren und es war richtig cool. Also waren wir zehn oder vierzehn Tage? Das erste Mal waren wir neun oder waren wir elf. Ah, okay. Und dann waren wir neun Tage in der Domrep, in so einem, wie man das halt klassisch kennt, im Sterne-Hotel, Gra-Palladium, glaube ich, hieß das, gell? Und wir haben uns natürlich gefühlt wie im Himmel, fünf Jahre nicht im Urlaub, all in, ne? Und haben dann wirklich schon morgens um elf gedacht, wir sind hier am Himmel, wie sagt man, wie, ähm, ja, wir haben halt gedacht, geil, wir sind im Urlaub, mehr, wir setzen uns in die pralle Sonne vor allem, ne? Ja. Ohne Schirm. Ich meine, mir mit meiner dunklen Haut macht das nix, aber dann war das natürlich schon ne Katastrophe. Yes. Und dann haben wir halt die Beach Bar direkt da gehabt und dann ging's los mit Coco Loco und Bahama Mama, ne? So die Klassiker, so diese Babs, süßes, wie Ron Cocktails, hat er sein Brot aufgemacht, sein Klapperkisch, sein Holzbrot und dann ist gleich schon eine spanische Musik gelaufen und wir dann gleich schon die Cocktails, was Jenny gerade erzählt hat, schon. Also ich sag mal so, die erste Nacht waren wir sturzbesoffe und danach haben wir einfach nur geguckt, dass wir unser Level konstant halten. Dann hatte man Ding, ähm, irgendwann sind wir umgeschwenkt auf Progal Cola und dann gab's noch dieses Rattegacklzeug, so, wie hieß denn das? Bei Marorna. Ja, oh Gott, das war eine Katastrophe. Irgendwann haben wir auch Uso gedwungen, also weil das Ding war, wir sind immer morgens zuerst an den Strand, hatten glaube ich auch Glück, dass wir auf eine Strandliege gekriegt haben. Aber wir haben reserviert, was man eigentlich gar nicht darf, aber der amerikanische Republik ist besser, man huckt unterm Schirm. Ja, das stimmt. Dann sind wir mittags, sind wir an der Pool und in dem Pool gab's eine Poolbar und da waren auch, glaube ich, immer so Poolanimationen, wo du danach dieses Bierwettsaufe mitgemacht hast. Genau, ja. Ja, also es war ganz cool und dann waren, ich weiß noch, wir waren, ein Ausflug war, also wir haben Ausflug gemacht auf diese Bacardi-Insel, was aber irgendwie gar nicht so. Ja, genau, aber irgendwie war das nicht so Bacardi-Insel-mäßig, also ich weiß auch nicht. So stand nur eine Palme. Was ganz cool war, ist, wir haben Seesterne gesehen, ich weiß noch, wir haben geheilt auf so der Sandbank im Meer und da gab es Seesterne und der Strand an sich war auch ganz cool. Aber, jo. Was ganz cool war, war das mit dem Katamaran und mit dem Wellness-Schiff, das Wellness-Busch. Also wir sind dann ein Jahr später nochmal in die Domrep geflogen zusammen und da waren wir dann genau, da waren wir auf so einem Wellness-Schiff, also so einem Katamaran, wo es dann wirkte, das war cool, da gab es für jede Massage, dann hatten wir so dieses, wo die Fische, so die Füße da, ja genau, und Yoga haben wir, glaube ich, gemacht und so, also das war ganz cool. Und in dem Jahr waren wir auch noch in Santa Domingo, also in der Hauptstadt, das war nicht so cool. Ich habe mir so eingebildet, okay, die Hauptstadt, wir gehen dann auch mal in die Stadt, sehen mal Geschäfte, können da irgendwie so ein bisschen shoppen gehen und so, aber es war halt wirklich nur, wir gucken uns Museum an, gucken uns diese an, gucken uns das an. Ich vergesse nicht, wenn wir von Polizisten begleitet worden sind. Echt? Ja. Keine mal. Da war erst immer ein Polizist, vor allem ein Motorradfahrer, also Motorradfahrer, also der saß auf dem Motorrad, der ist immer vorne. Echt? Das weiß ich nicht. Ja, wenn wir essen waren, haben zwei Polizisten vor dem Ressort schon mit einer Maschine gewirfen. Ja gut, das ist halt abends Land, ne? Ja. Und ich glaube, in die Disco haben wir es nur immer geschafft oder so. Boah, das war ja wahr. Oh je, oh je. Wir waren wirklich schon so die ganze, den ganzen Tag so bedient, ne? Mit unserem, wir halten alles konstant unser Level, dass wir eigentlich abends essen waren, sind ins Bett. Ja. Also ich glaube, wir haben es vielleicht gerade nur noch geschafft, einen Cocktail zu trinken manchmal an der reine Cocktailbar. Cocktailbar. Ja, das ist der Gefühle, ja. Das ist so all inclusive auch ganz cool ist, aber ich persönlich muss sagen, mein Ding ist es gar nicht. Also wir waren später mit dem Domanochmo in Mexiko all in und uns war es so langweilig, dass wir uns dann ein Auto gemietet haben und sind auf eigene Faust dann nach Tulum gefahren, haben uns Zinotto und alles mögliche angeguckt. Dann hat man einen Tag ein Taxifahrer, sind ins Shoppingcenter gefahren, also das all in. Also für uns, ich sehe lieber was von Menschen, Land und Leute. Aber was auch ganz cool war, dann mit 30, also man kann wirklich sagen, mit 30 haben wir halt mal so richtig angefangen, Urlaub und so zu machen. Wir waren dann am Ballermann, ne? Ja. Also zu meinem Junggesellenabschied waren wir am Ballermann. Das war cool. Und zum Domas am 30. Das war echt nicht schlecht. Das war echt lustig, auch da haben wir konstant das Levelgehalte. Und zu Tessis Junggesellenabschied waren wir am Sritje Beach und das war richtig cool. Ja, und zwar wollte ich eigentlich schon an das Sritje Beach zu meinem Junggesellenabschied, aber wir waren dort noch nie. Und dann hat die Jo dann gemeint, ach nee, lieber nicht, wir wissen nicht, wie es dort ist. Wir waren dort noch nie und am Schluss ist es nicht scher, gehen wir lieber halt an den Ballermann. Klar, da waren wir auch noch nie zu dem Zeitpunkt. Aber man hat halt mehr davon gehört, wobei wir eigentlich dachten, es wäre voll assi, aber es war gar nicht so assi, es war echt in Ordnung. Und genau, aber an Tessis Junggesellenabschied war es richtig cool, weil das Sritje Beach, das ist so der Partystrand von Europa, kann man sagen, in Kroatien, auf der Insel Park. Und dort gibt es halt mehrere Discos und dort ist es halt auch immer Spring Break, Summer Break und da kommen auch wirklich Leute aus der ganzen Welt. Und dort gibt es halt mehrere Clubs und ein bekannter Club ist das Noah. Und dort hatten wir so eine Mobile Home gemietet, also es ist richtig geil gemacht, wenn ihr mal so richtig Partywochenende machen wollt oder Woche, ja, dann müsst ihr echt dorthin. Das ist so geil gemacht, es gibt so Mobile Homes und die sind richtig modern gemacht. Also wir hatten das für vier Personen, ne, also wir, also Jo und ich hatten zwei Einzelbette, du und die Nini ja hattet ein Doppelbett, ne. Jeder von uns hatte ein Bad. Also zwei Bäder, vier Frauen, das war wirklich richtig gut. Und es gab einen Wohnraum mit Küche zusammen und eine riesengroße Terrasse und jedes Mobile Home hatte seinen eigenen Pool. So einen Meter war da ungefähr tief, also. Ja, und dann konnten wir von dort aus direkt auf den Partystrand laufen, da kann man natürlich dann am Strand schwimmen gehen und in die Discos, also es war richtig, richtig cool, muss man sagen. Also das war eine coole Sache. Und es war unser zweites Erlebnis mit Moet. Oh ja. Mit dem Rattegackel, du. Also das war so ein Geschenk. Ja, gab es dazu, weil ich Jungselle Verabschiedung geweiht habe, da haben wir den Zoo geschenkt gekriegt. Und wir haben dann so gesagt, wir müssen jetzt endlich wo ausstoßen. Dann haben wir auch alle vier Gläser, also vier Gläser dann ein Geschenk gehabt und dann haben wir uns dann angestoßen und haben gesagt, so, uah, Rattegackel. Ekelhaft, ne. Also mein Geschmack ist es nicht, also. Ne. Überhaupt nicht. Aber das war das Zweite, wo er das getrunken hat, weil wir waren nochmal mit, bevor die Jessie geheiratet hat, mit ihrem damaligen, äh, mit ihrem Mann, mit ihrem damaligen, also mit ihrem Mann war man nochmal, also war man auch in Kroatien, da wurde er 50 und als Überraschung hatten wir ihm geschenkt. Wir hatten, das war wirklich richtig geil. Also es war eine Penthouse-Wohnung mitten in der Altstadt in Sada an der Marina. Also das Haus kann ich, könnte ich euch sogar beschreiben, das gibt es also logischerweise immer noch, ne. Also es ist so ein spitzes Haus und wenn man auf die Marina zufährt, ist es das erste Haus, was man sieht. Und es war eben ganz oben das Penthouse, wie gesagt, eine riesen Terrasse. Also ich glaube, so groß wie die Wohnung war auch die Terrasse mit einem Whirlpool. Und mit einer Außendusche. Mit einer Außendusche, mit auch so einer Lodgia drauf, ne, wo man so sitzen konnte. Und man konnte wirklich halt von der Terrasse aus auf die Marina von Sada gucken, also richtig geil. Und die Wohnung war auch richtig topmodern gemacht. Das Endliche, was ein bisschen doof war, war, dass es nur ein Schlafzimmer gab. Also nochmal nicht, wir haben im Wohnzimmer geschlafen. Das war riesig, das Wohnzimmer. Ja, die Wohnung war, ja. Aber die Couch war mega unbequem. Das war ein bisschen doof. Wir haben uns dann so eine Luftmatratze zum Aufbruch geholt. Stimmt, die hat die Luftmatratze. Ja, aber wir waren ja mit dem Auto. Ihr wart ja geflogen. Genau, ja. Ihr wart ja eine Woche vorher schon quasi im Kohlen, in dem Hotel, ne? Nee, Colovare heißt es. Colovare, ja. Genau. Und dann, ja, dann waren wir halt eine Woche zusammen dort. Und wir haben halt gedacht, voll cool, wenn der Geburtstag hat, dann holen wir eine Flasche Moet und stoßen im Whirlpool an, was wir auch gemacht haben. Aber es hat halt einfach furchtbar geschmeckt. Aber was cool war, wir hatten da auch noch dann an dem Tag quasi ein Boot gemietet mit Skipper und war dann zu viert auf der Konati unterwegs. Das war wirklich scheinbar. Also die Inselgruppe um Sadarum heißt Konati. Und da ist er mit uns überall an Strände gefahren und an Buchten und so und wir hatten unsere Kühlbox dabei mit Alkohol. Also es war echt cool. Wobei ich jetzt zusagen muss, dass damals ist der Alkohol auch noch ein bisschen besser geflossen. Ja. Und bei mir fließt er schon seit vier Jahren gar nicht mehr. Also ich trinke gar nicht mehr. Aber das hat andere Hintergründe. Also nicht, dass ich Alkoholiker war oder so, aber nee, ich habe das auch nicht mehr Vertrage. Also keine Ahnung. Ich denke, es liegt da dran, weil wir waren ja wirklich früh Party machen. Also wir waren mit 16 kontinuierlich, kann man sagen, bis 30 unterwegs. Ich meine, es wurde immer weniger. Früher war man wirklich von Donnerstag bis Sonntag unterwegs. Oh ja. Also in der Zwanziger kann man sagen. Und ich sage mal so, ab Mitte, Ende 20 war man dann nur noch samstags zum Beispiel weg. Oder wenn Weinkerbe war, vielleicht auch Freitag, Samstag im Sommer. Und dann irgendwann mit 30 war man dann wirklich vielleicht so M im Monat, aber auf jeden Fall noch feier. Ja, das stimmt. Also Krypton danach in Frankfurt. Und ich muss aber sagen, das Problem ist, mein Schlafrhythmus hat sich komplett geändert. Also ich war so als jugendlicher, junger Erwachsener immer so ein Nachtmensch. Also immer sehr lange nachts wach, dafür gerne morgens lang geschlafen. Und mit dem Job und mit dem Alter hat sich das bei mir komplett geändert. Ich stehe halt echt jeden Morgen um 5 auf und ich habe so innere Uhr, egal wann ich ins Bett gehe, aller spätestens um 7 Uhr. Also wenn es 8 ist, ist es spät, egal wann ich ins Bett gehe, bin ich wach. Und ich denke halt einfach, das reicht natürlich nicht für den Körper, der Alkohol abzubauen. Weil früher ist man dann um 5 ins Bett und hat bis zum Mittag um 4 gepennt. Und dann hat man zwar noch ein bisschen dick gekoppelt, aber dann hat man halt was gegessen und dann war gut. Und das ist halt einfach heutzutage niemals so. Ich kann halt einfach so lange nicht mehr schlafen und dann habe ich einfach eine Woche noch drin gehangen nach dem Suft. Und das war mir die Zeit zu schade, weil ich danach einen Zweitwohnsitz hatte und war einfach nur zwei Tage die Woche hier. Musste danach natürlich die Familie besuchen und so. Und konnte mir dann nicht leichter, wie so ein Schäppes-Siven auf der Couch zu hängen, wie drei Stunden, die wir dann halt mal feiern waren. Und irgendwie haben wir echt viel gefeiert. Also ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis, hier irgendwie noch was nachzuholen. Muss ich sagen. Ich auch nicht. Vor allem ist es ja auch alles schweineteuer geworden. Das muss man einmal dazu sagen. Ja, mittlerweile sind die Getränke teurer als das Essen. Also ich trinke noch ab und zu, aber ab und zu. Das ist nicht schon immer so. Findest du? Ich finde den will ich nicht. Also ich trinke immer noch ab und zu, aber auch nicht jedes Wochenende oder so. Aber ab und zu morgens im Sommer so ein kühler WC-Radler. Wir sind bei Gohn. Ja. Also ja, kann man sagen, so die letzte. Ja gut, dann kam natürlich Corona, dann durfte sowieso keiner weg. Aber schon vor Corona war man ja nicht mehr so wirklich weg. Also gut, das Ähnliche, wo wir eigentlich weggehen müssen, Jess und ich machen hier zusammen Forever. Und wenn dann hier eine Veranstaltung ist von Forever, dann sind wir dort. Da ist ja auch immer einmal im Jahr so dann, wo dann Party ist bei der Jahresauftaktveranstaltung. Aber ansonsten eigentlich gar nicht mehr, außer Geburtstagsfeiern. Aber das ist ja, eigentlich was das angeht, ist immer langweilig geworden. Oder wir haben andere Prioritäten gekriegt, sagen wir es mal so. Aber ja, auf jeden Fall muss man sagen, sind wir jetzt schon seit 36 Jahren, kennen wir uns schon. Genau. Und aber es ist eigentlich schon einzigartig, nicht nur bei uns, sondern es gehören ja noch mehr dazu. Also die Aggie kenne ich ja schon seit ich drei bin, quasi. Die ja auch immer noch ein Teil in meinem Leben ist. Also ich meine, klar, man sieht sich nicht so oft, die Aggie wohnt in Leipzig. Aber wenn sie hier einmal im Jahr, zweimal im Jahr sieht man sich auf jeden Fall. Ich meine, ich war ja auch sechs, ich glaube sechs oder sieben Jahre in den neuen Bundesländern. Da habe ich die Aggie natürlich öfter gesehen und besucht. Jetzt ist es halt so, ich bin hier, sie ist noch dort. Also wenn sie halt vorbeikommt, so ein bis zwei Mal im Jahr sehen wir uns. Aber dann sehen wir uns auch und es ist so wie immer. Und wir hören uns natürlich auch. Wir schicken uns Nachrichten, Sprachnachrichten oder telefonieren mal. Und dann ist es aber auch so wie immer. Und die Jo, sage ich mal, wohnt hier am Bodensee. Aber die ist ja zum Teil auch hier. Und dann sieht man sich auf jeden Fall, wenn sie hier ist. Oder man telefoniert halt auch. Oder sendet sich ein bisschen zeitfrei. Also man, ja genau, man guckt ja einfach so, wie man das alles unter einen Hut kriegt. Ich meine, wir beide wohnen am Nächsten. Ich meine, wir sehen uns da nicht immer so oft. Aber ich sage nur so, wir wissen einfach, dass wir immer füreinander da sind. Egal was ist. Und ich denke, das ist ausschlaggebend. Und dass man halt kommuniziert und da irgendwo eine ehrliche Basis hat. Ja. Ja. Ich denke, das ist so das Wichtigste. Ja, das stimmt. Der ausschlaggebende Punkt. Mittlerweile sind wir jetzt schon 41. Katastrophe. Ja, was heißt Katastrophe? Also, ich sage mal so, für mich war gefühlt so dieses, ich werde 30 schlimmer, wie ich werde 41. Weil ich werde 40. Also 30 war irgendwie für mich schlimmer, so die 20er zu verlassen. Weil ich fand aber 30er richtig cool, muss ich sagen. Aber die 40er hatte ich jetzt gar nicht so das Problem mit eigentlich, dass ich 40 werde. Aber im Nachhinein finde ich, dass mit 40 irgendwie ist es anders. Also, man wird so tiefgründiger. Also, man wird so tiefgründiger. Man denkt so tiefgründiger über das Leben nach. Irgendwie hat man irgendwie mehr Zipperlein und Wewecher. Ja, also egal, wirklich heute. Irgendjemand hat mir auch erzählt heute, dass er irgendwie was hat, wo ich dann dachte, sicher ist es auch 40 geworden. Und hat jetzt, ja, aber was war denn das? Oh, ich weiß jetzt gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war und was das war. Aber irgendwie so gefühlt, finde ich, fängt es dann so mit Krankheiten, also nicht Krankheiten schwerwiegend, aber keine Ahnung. Man hat es halt schneller nur um Rücke oder ich weiß es nicht. Ich finde, man merkt es einfach. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, wenn ich wirklich so alt werde wie meine Oma, dann habe ich noch mehr Zeit. Also, meine Oma war 85, also habe ich bis jetzt noch nicht mal die Hälfte meines Lebens erlebt. Aber gut, wir wissen ja alle nicht, wie alt wir werden. Ja, jetzt sei Dank wahrscheinlich auch. Aber rein theoretisch, wenn man sich das so überlegt, denke ich mir, krass, weil irgendwie ging es zwar schnell, aber wenn man so über das alles redet, kommt es einem auch schon vor wie so eine ganze, keine Ahnung, was man alles in 40 Jahren erlebt hat, ist schon krass. Man kann sich auch zum Teil gar nicht mehr erinnern, finde ich. Und wenn man überlegt, man hat nochmal so viele Jahre vor sich. Also irgendwie denke ich mir so, was soll jetzt noch passieren? Es ist schon so viel passiert, ja, so irgendwie, keine Ahnung. Aber ich glaube, ja, unsere Generation ist natürlich auch anders, ne? Sag ich mal, ich finde so unsere Generation ist wahrscheinlich die erste Generation, wo alles gefühlt später ist. Bin ich. Ja, wie gesagt, also so das Thema, wenn ich jetzt überlege, so Heirat und Kinderkriege, gefühlt war das bei uns alle voll spät. Das stimmt. Manche sind doch nicht immer verheiratet oder haben noch keine Kinder. Aber selbst, dass so die Generationen vor uns, die ich kenne, mit denen mir so zu tun hat, wenn ich überlege, die haben ja auch erst mit Ü40 Kinder gekriegt oder sich gesettelt und so. Also wir sind, entweder sind wir das einfach oder es ist einfach, klar gibt es natürlich bei uns Achtklasse-Kameraden, die haben schon mit 20 Kinder gehabt, ne? So ist ja jetzt auch nicht. Aber irgendwie finde ich, ich kenne einfach viele Leute, die ziemlich spät sind. Wir kommen dazu. Ja, aber ich meine, klar, in Amerika sagt man, mit 30 fängt das Leben an, weil die Amerikaner generell sagen, du bist erst mal mit der Zwanziger im Studium fertig, mit 30 fängst du dann erst mal mit deiner Karriere an, dann hast du erst mal Geld zum Reisen, hast du erst mal Geld zum Leben. Ist ja logisch, dass die Leute dann einfach später, sage ich mal, sind, wenn Kinderkriege. Ich meine, diese Serie Sex in the City gab es ja nicht für ohne Grund, sage ich mal. Also ich meine, es ist halt so. Also von daher, ich weiß es nicht, die Jugend von heute, ob die schneller dran ist, aber gefühlt die, die jetzt zehn Jahre jünger sind wie wir, die wir kennen, irgendwie auch nicht. Also gefühlt, finde ich, sind die noch, wie soll ich sagen, planlos will ich nicht sagen, aber ich sage mal so, mit 30 wusste ich zumindest, was ich will. Also ich war noch nicht, vielleicht, ich habe halt angefangen, meinen Weg zu gehen, also ich wusste, Studium ist fertig, ich will in die Branche, ich will das machen, das ist das Zielposition, die ich gerne hätte und darauf habe ich hingearbeitet. Aber ich finde so, heute manchmal die 30er-Leute, die sind noch dabei, ihren Weg zu finden. Also was wollen sie jetzt beruflich, wo wollen sie hin, was wollen sie machen? Es ist auch irgendwie so, die sind so in der Zeit von, wenn man jetzt so die Generation Z nimmt, die gefühlt ganz anders ist wie wir. Also ich meine, wir, finde ich immer so, sind auch so diese letzte Schaffer-Generation, also die, wo wirklich sagen, okay, schaffe, schaffe geht vor und man macht nicht krank und für die Arbeit zieht man um und was weiß ich. Und so die, die danach kommen, glaube ich, stehen so ein bisschen zwischendrin, weil die Jugend von heute ist ja klar positioniert. Die sagen, nee, sie wollen ihr Leben leben, sie wollen Work-Life-Balance, sie wollen am besten remote arbeiten, sie wollen die Welt sehen, haben die bestimmt mit dem Camper durch die Welt, die kriegen früher wieder Kinder. Die wollen aber mit Kind die Welt erobern. Die sagen, die kriegen nicht Kinder für die abzuschieben. Also so komplett anders wie wir und ich glaube, so alles, was zwischendrin ist, die sind so zum Teil so ein bisschen hin- und hergerissen. Das stimmt, ja. Das ist so, weil wenn es so Revue passiert ist, ja. Ich meine, wir sind ja noch so eine Generation, wo es einfach hieß, ja, guter Job, gut verdiene, kaufe dir ein Haus, heirate, kriege Kinder, habe einen Standard, eine Klasse, also so wie soll ich sagen, Mittelklasse wagen, die und die Klamotte. Also wie soll ich denn sagen, bei uns war so das Thema Marken, finde ich, noch mehr. Also es war so, ja, wie soll ich das erklären, also, dass die Leute schon nicht unbedingt vom Primark jetzt was angezogen hätten, sondern schon so ihren Standard, Esprit, Esoliver und keine Ahnung wollten, ne. Was jetzt, okay, High-Class-Marke ist, aber es war schon mehr so. Und ich habe so das Gefühl, die Leute von heute, die Jugend, die sind so zum Teil wirklich so minimalistisch, so ne, minimalistische Kleiderschrank, klassisch, und die haben dann vielleicht, keine Ahnung, gut, die haben dann die Louis Vuitton-Tasche, wie auch immer die das machen, und oder für die Jeans aus dem Primark, aber die sind irgendwie anders. Ja, das stimmt. Wie wir, also für viele ist so dieses Materielle gar nicht mehr so die Prio Nummer eins. Weißt du, so? Mhm. Also hatte ich so das Gefühl. Ob das natürlich so ist, ich kann es nicht sagen, aber ich habe hier viel mit Azubis zu tun gehabt, so nach Absolvente, frische Studenten, die dann BA-Studium gemacht haben bei uns oder Trainee und so weiter, und bei denen war das halt, hast du halt gemerkt, diesen Umbruch, dass denen halt andere Dinge wichtiger sind, wie uns wichtig waren. Finde ich jetzt, wir sind, wie es bei eurer Azubis ist. Habt ihr überhaupt Azubis? Nee, seit Corona immer, nee. Ist auch schwierig, irgendwelche zu finden, aber zumindest hat sich mal eine vorgestellt, ich glaube, letztes Jahr, die kam dann, da hatte ich gerade Urlaub gehabt, die kam dann bei uns ins Geschäft dran mit ihrem Freund, und der Freund hat die ja so an der Hals so hinterherum gemacht, und die kam dann mit Jogginghorse und Red Bull-Dose in der Hand, und dann hat mein Chef nicht gesagt, also, wollte ich dann Vorstellungsgespräche, hat mein Chef nicht gesagt, ja, kann sie gerne machen, aber dann ist der Schummo dann alleine, und dann war das Vorstellungsgespräch auch nur fünf Minuten, und ist er auch gegangen, haben wir nicht genommen, weil wir Jogginghose und so zum Vorstellungsgespräch der Freund mitbringen, und noch eine Bull-Dose in der Hand, ist so, juhu. Das war halt so Standard, also, heutzutage, ich will sagen. Ich bin endlich froh, wenn diese Jogginghose-Zeit rum ist, ist ja furchtbar. Aber ob die überhaupt zu vorbei sein, werde ich mir sagen. Na, ich glaub' nicht. Andere Zeiten, andere Generationen. Ja, schau. Ist halt einfach so. Ja. Aber ja, also, was kann man als Fazit so mitgeben? Tja, Kommunikation ist es A und O, und man muss nicht immer aufeinander kleben wie eine Briefmarke. Nee. Also, es gab in unserem Leben auch immer Zeiten, wo wir mal wehren, mal weniger miteinander Kontakt hatten, und wie gesagt, also, zwei unserer Freundinnen wohnen auch gar nicht hier, aber wichtig ist, dass man weiß, man ist füreinander da, und dass man kein befremdliches Gefühl hat, auch wenn man sich länger nicht gehört hat, und dass man einfach respektvoll miteinander umgeht. Also, ich glaub', das kann man so als, ja, Fazit sagen. Das stimmt, hast du recht. Und, ja, also, ich denk', das ist eigentlich so unabstrich, das, was man dazu sagen kann. Es waren jetzt auf jeden Fall zwei lange Podcasts zu unserer, so einem Schwank aus unserem Leben. Ich bin dafür, das ist halt voll schade, du müsstest schon dabei sein, wir müssten halt echt mal so einen Schwank aus unserem Leben machen, mit unserer ganz lustigen Geschichte. Das hätte gar nicht mehr oft. Die wir schon erlebt haben, oder was du alles schon verkracher gebrocht hast. Oh, ja. Ähm, ja, ich glaub', das müssen wir auf drei Mal oder so machen, keine Ahnung. Gefühlt wird mir jetzt im Moment gar nicht so viel eifert. Ah, doch. Aber, ähm, ja. Mir schon. Kann man hier mal ins Auge fassen. Ja. Ja. Aber, schön, dass ihr dabei wart. Der Podcast ist so weit beendet, unser Pelzer-Stammtisch. Äh, die, also, wie gesagt, falls ihr den ersten Teil verpasst habt, ihr findet den auf jeden Fall in unseren, ähm, Podcast-Vordner, oder wie nennt man das, Playlist, abgespeichert. Es wird Teil 1 und Teil 2, wie gesagt, geben. Also, hör euch auf jeden Fall den Teil 1 zuerst an. Das macht Sinn. Es macht jetzt keinen Sinn, dass ich das am Ende vom Podcast sage, aber egal. Ähm, genau. Und wir hören und sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, in diesem Sinne. Anna, Servus. Tschüss. 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 Tschüss.